22 22 Smalltalk 3 Smalltalk 3 Rauchen Sie? Säbikan, naam. Früher, ja. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Stört es Sie, wenn ich rauche? Nein, absolut nicht. Das stört mich nicht. Das stört mich nicht. Trinken Sie etwas? Trinken Sie etwas? Ein Konjak? Einen Kognak? Nein, lieber ein Bier. Nein, lieber ein Bier. Ätusafiru, hadratuka, kathiran? Reisen Sie viel. Reisen Sie viel? Naam. Wa galiba matakunu rihla ta amal. Ja, meistens sind das geschäftsreisen. Ja, meistens sind das geschäftsreisen. Walakinana numdi l'an ijazatan hunä. Aber jetzt machen wir hier urlaub. Aber jetzt machen wir hier urlaub. Ma haza l'har? Was für eine Hitze. Was für eine Hitze. Naam. Aljawm harrun jiddan faalan. Ja, heute ist es wirklich heiß. Ja, heute ist es wirklich heiß. Linadhaab ila shurfa. Gehen wir auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. Morgen gibt es auch eine Party. Morgen gibt es hier eine Party. Hel, ta'touna aydan? Kommen Sie auch? Kommen Sie auch? Naam. Nahnu aydan madawun. Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen. Kommen Sie auch.